Elns oder auch Electronic Laboratory Notebooks sind die digitale Version des physischen Laborbuchs. Laborbücher werden genutzt, um den Forschungsprozess und die dabei entstehenden Forschungsdaten aufzuzeichnen. Das elektronische Laborbuch hat einige Vorteile, die das physische Laborbuch nicht aufweisen kann. Einer dieser Vorteile ist das kollaborative Arbeiten mit dem Laborbuch. Die meisten ELNs bieten den Forschungsteams mit verschiedenen Funktionen die Möglichkeit zum Austausch über das Projekt. Auch können die nutzenden Daten, die sowieso schon in digitaler Form vorliegen, direkt in das ELN hochladen. So gehören handschriftliche Verweise und Pfadangaben der Vergangenheit an. Ein entscheidendes Argument für den Wechsel zu einem ELN ist die Nachnutzung der Forschungsdaten, die dieses ermöglicht. Dank des digitalen Formats ist es um einiges einfacher, Forschungsdaten zu archivieren und auch nach Abschluss des jeweiligen Prozesses für andere Forschende nutzbar zu machen. Bei der Erfassung der Forschungsdaten sind insbesondere die Metadaten hervorzuheben, da diese in elektronischen Laborbüchern deutlich leichter fällt. Weitere grundlegende Informationen finden Sie im ELN-Wegweiser von ZbMed, den wir für Sie in der Videobeschreibung verlinkt haben. In dieser Videoreihe sollen zwei kostenlose ELN-Angebote vorgestellt werden. Die Wahl ist dabei auf LabFolder und ElabFTW gefallen. Bei LabFolder handelt es sich um ein kommerzielles Produkt, von dem hier die kostenlose Cloud-Version gezeigt werden soll. Während ElabFTW ein Open-Source-Tool ist, dass als Client-Server-Installation betrieben wird. LabFolder zeichnet sich dadurch aus, dass viele Funktionen und Schnittstellen bereits in die Benutzeroberfläche eingebaut sind, was die Bedienung sehr komfortabel macht. ElabFTW hingegen ist als Open-Source-Tool sehr anpassbar und hat eine aktive Entwickler- und Nutzer-Community. Neben diesen zwei Produkten, die wir als Beispiele gewählt haben, gibt es noch viele weitere ELNs. Eine Übersicht einiger Tools, die für die Lebenswissenschaften geeignet sind, finden Sie mit Ihren Unterscheidungsmerkmalen auf der Website von ZB Med. Die Tools unterscheiden sich in ihrer Handhabung und dem Workflow, der hieraus entsteht. Zudem bieten sie auch unterschiedliche Schnittstellen und Preismodelle an. Die meisten sind wie LabFolder kommerzielle Produkte, die oft auch eine kostenfreie Cloud-Version anbieten. Gründe für die Auswahl der beiden vorgestellten Tools sind, dass beide generisch und nicht fachspezifisch sind. Zum anderen wollen wir zeigen, dass ELN-Tools nicht zwangsläufig Vorgaben hinsichtlich Format und Struktur der Dokumentation machen. Viele Produkte unterstützen den kreativen Forschungsprozess durch das Just-a-White-Sheet-of-Paper-Format. Eine Struktur kann jedes Labor bzw. jede Arbeitsgruppe nach seinen oder ihren Bedürfnissen schaffen. Des weiteren ist unsere Motivation, Ihnen sowohl ein kommerzielles Tool als auch eine Open-Source-Lösung vorzustellen. LabFolder wird vom deutschen Unternehmen Lab Forward entwickelt und bietet zwei Versionen. Die kostenfreie Version, die für diese Videoreihe benutzt wird, sowie eine erweiterte Version, die zusätzliche Funktionen bietet und auf einem Staffelpreis pro Nutzenden im Monat basiert. In der kostenlosen Version bietet LabFolder Funktionen wie unbegrenzte Einträge und Projekte, das Hochladen von Dateien in allen Dateiformaten, sowie einen 3 GB Datenspeicher. Außerdem stehen den Nutzenden ein Full-Order-Trail, also eine volle Nachvollziehbarkeit aller Änderungen am Projekt zur Verfügung. In der kostenlosen Version können Gruppen mit maximal drei Forschenden gebildet werden. Die Advanced-Version erweitert unter anderem die Gruppenanzahl und gibt dem Nutzer neben weiteren Features auch mehr Freiheiten, was rechte Verteilung, Exporte und die Speicherkapazität angeht. LabFDW ist ein Open-Source-Tool, das von dem französischen Unternehmen DeltaBlot entwickelt wird. Wie LabFolder auch bietet LabFDW neben einer kostenfreien Version auch eine kostenpflichtige Pro-Version an. Bei der Pro-Version müssen die Nutzenden Lab nicht mehr selbst hausten und können auf das Programm zugreifen, ohne durch den Installationsprozess gehen oder Lab updaten zu müssen. Die Open-Source-Entwicklung ist ein essentieller Unterschied, durch den sich LabFDW stark von den kommerziellen ELN-Angeboten abhebt. Neben der Tatsache, dass die Nutzung kostenlos ist, können Nutzende auch den Software-Code einsehen und verändern. So ist es möglich, mit etwas Programmierkenntnissen eLab an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Diese Veränderungen können dann auf der GitHub-Seite des ELNs mit anderen Nutzenden geteilt werden. Standardmäßig kommt eLabFDW teilweise mit ähnlichen Funktionen wie LabFolder. Auch hier kann man unbegrenzt viele Experimente, Templates und Inventarobjekte erstellen. Da eLabFDW nicht über eine eigene Cloud verfügt, hat man selbst die Kontrolle darüber, wie viele Daten hochgeladen werden können. Was den Support bei eLab angeht, so kann man sich über GitHub an den Entwickler wenden und bekommt in der Regel eine sehr schnelle Antwort. Um die verschiedenen Funktionen der beiden Tools zu demonstrieren, haben wir einen Use Case aus dem Feld der Evolutionsbiologie in LabFolder und eLabFDW eingepflegt. Das Forschungsprojekt, das diesem Use Case zugrunde liegt, untersucht die molekulare Evolution der Schneckenart Ekrobia. Hierfür wurden in Kasachstan verschiedene Exemplare von Ekrobia-Arten gesammelt, deren DNA dann anschließend vervielfältigt wurde, um besser untersucht werden zu können. Die vervielfältigten Produkte wurden dann an ein Unternehmen zur Sequenzierung geschickt. Die resultierenden Sequenzen werden dann mit einer Gendatenbank abgeglichen, um die Art der Sequenzen zu bestimmen. In dieser Videoreihe werden wir nicht den kompletten Use Case vorstellen, sondern verschiedene Elemente des Projekts nutzen, um damit die Funktionen der ELNs zu demonstrieren. Nachdem die Proben in Kasachstan gesammelt worden sind, wurden die Informationen über diese Proben sowie Informationen über die Umgebung, in der die Proben gesammelt wurden, in einem Ortsformular festgehalten. Diese Ortsformulare sind Papierformulare, deren Einträge dann im nächsten Schritt digital auf einem Ortsdatenblatt übertragen werden. Anschließend wurden im UGSB-Blatt die im Feld gesammelten Proben sowie die Individuen, an denen molekulare Analysen durchgeführt werden sollen, eingetragen. Das UGSB-Blatt ist die zentrale Datenbank der Forschungsgruppe und wurde im Laufe des Projekts fortgehend aktualisiert. Als nächstes wurde die Art der Balanide für die Untersuchung der DNA bestimmt. Informationen über die einzelnen Individuen, die Konzentration oder Gesamtmenge werden auf der DNA-Präparationsliste gesammelt. Weitere Informationen zu Proben, deren DNA gemeinsam isoliert wurde, werden im DNA-Isolierungsblatt eingetragen. Die DNA wurde dann isoliert, sodass Zielgene amplifiziert bzw. vervielfältigt werden konnten. Um zu überprüfen, ob die DNA gut isoliert wurde, wird die DNA-Konzentration und Reinheit mit dem Nanodrop, einem Spektralfotometer, untersucht. Die Ergebnisse werden dann der DNA-Präparationsliste und dem DNA-Isolierungsblatt hinzugefügt. Um das Zielgen mittels PCR zu amplifizieren, wurde ein Primer entworfen. Die PCR wird mit einem Thermocycler durchgeführt und mithilfe des PCR-Blatts dokumentiert. Anschließend wurden die PCR-Produkte mit einer Gelelektrophorese auf ihre Qualität hin kontrolliert. Die PCR-Produkte wurden dann zur Sequenzierung an den DNA-Sequenzierungsunternehmen geschickt. Die resultierenden DNA-Sequenzen wurden gelesen und abgespeichert. Um die Art der Sequenzen zu bestimmen, wurde ein lokaler und ein Genbank-Blast durchgeführt. Blast steht hierbei für Basic Local Alignment Search Tool. Die Art der Sequenz wird bestimmt, indem man die am engsten verwandte Sequenz findet. Die Erkenntnisse des Blast wurden schließlich genutzt, um das UGSB-Blatt zu aktualisieren. Die Erkenntnisse des Blast fires wurde im Vielen Dank.